Ein Weihnachtsstern, um den wieder rot zu bekommen, das ist das gleiche wie zum Beispiel so ein Schlumberger mit einer Blüte zu bekommen, weil das sind Pflanzen, die auf Licht reagieren. Das heißt also, ein Weihnachtsstern bildet eine rote Blüte, wenn er weniger als zwölf Stunden Licht bekommt. Das heißt also, aber ganz, ganz wichtig ist, weniger als zwölf Stunden, da darf auch kein Lämpchen, keine Laterne, irgendwas leuchten, es muss absolut dunkel sein. Und wenn man das hinbekommt, das heißt, man nimmt den Weihnachtsstern, lässt ihn acht Stunden Licht bekommen, dann nimmt man einen schwarzen Eimer, stülpt den dann drüber und dann wird man sehen, dann bekommt er auch wieder seine roten Brackteen. Das sind ja keine Blüten, das sind ja Hochblätter, rote Blätter, die dann wieder richtig schön aussehen. Ja, also das ist halt auch drin.